ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge champion strike johann wenn ihr keine videos mehr verpassen wollt dann drücken auf abonnieren direkt daneben auf das glöckchen aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue benachrichtigung wenn wir ein neues video laden dann zudem könnt ihr gerne mal ein leichter lassen dann würde ich sagen viel spaß mit dem video die glock jo leute wir schauen jetzt mal einfach hier rein hier kann ich mal auf entsiegeln klicken hier gibt es eine neue truhe oder ein bisschen was machen hier eine silber truhe war es gewesen erfolge sind auch wieder ein paar sachen mit hinzugekommen erfolg freigeschaltet bei den missionen habe ich hier auch irgendwas wieder erhalten okay da kommen auch der sache schon ein bisschen näher und ich habe für den sheriff ein bisschen was gekriegt so hier eine neue truhe schauen wir mal also auf jeden fall kurz vor der gold truhe auch hier kurz vor der punkte truhe dann würde ich sagen gehen wir mal direkt in den kampf rein und schauen wir mal gegen wen wir jetzt kämpfen dürfen von den philippinen baby viel hat er nicht mehr wenn ich jetzt die meteor drauf weil er ist weg geht zurück geht zurück geht zurück nicht so weit gehen geht zurück mehr auf verteidigung jetzt gehen ich muss jetzt einfach aufpassen dass mir hier nichts mehr passiert ja das ist ja okay so prinzipiell sehe ich das so in das ding wirst du wahrscheinlich jetzt verloren haben das ist jetzt auch gar nicht mehr viel den lassen wir noch mit durch rennen und dann sollte das hier schnell erledigt sein kampf abgeschlossen den haben wir besiegt und dann habe ich auch eine tor bekommen die machen jetzt auch mal auf bin ich jetzt auch mal ganz froh letztes im letzten video lief es ja überhaupt nicht gut ich habe eine neue tor bekommen wir mal was da drin ist der krieger kann geupgradet werden ok alles klar im klaren gibt es hier irgendwas anforderungen ok hier gibt es eine gratis truhe wo der sheriff noch mal den hätte ich so gerne weiter geht's nächster kampf brasilien da habe ich ganz ganz schlechte erfahrungen bis jetzt mitgemacht mit brasilien schau mal einfach mal was jetzt passiert brasilien war bis jetzt überhaupt nicht gut gelaufen in keinster weise oh mein gott da geht es auch schon gleich wieder los bitte ruf b Das war's für heute. 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 Oh, jetzt hat er mir aber böse eine verballert, ne? Oh, jetzt hat er mir böse eine verballert. Oh, das war aber auch ein heißes Match jetzt hier gewesen. Es war ein 2 zu 1 für den. Ja, jetzt habe ich ein bisschen wieder was abgezogen bekommen. Aber es war auf jeden Fall ein geiles Match in den Jungen aus Südkorea. Ja, wer auch immer das war. Krass. Das ist ein Match. So, ein Match machen wir noch. Da habe ich wieder einen Erfolg. Mhm. Weiter geht's. Wie der Brasilien. Huami. Who am I? Huami. Who am I? Okay. Von den Dragons in Brasilien. Alter, mit was kommt der denn da? Willst du mich veräppeln? Holy shit. Gut. 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 Der erste Stern ist weg, oh mein Gott, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Er macht gar nichts mehr, er macht gar nichts mehr, oder was? 1,10 noch, ja, das kann ich genauso machen, mein Freund. Er macht gar nichts mehr, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Jetzt noch einmal das Ding, war auf jeden Fall ein mega krasses Match, mega krasses Match. Alter, war das brutal. Jawoll. Jawoll. Was gibt's hier jetzt? Musketenhasen. Ah, da war er, der eben gerade, der Titan, okay. Photonensturm, Gremlin Transporter, wie geil. Umschlingende Ketten. Eine Platintruhe. Wähle eine Karte. Oder eine Platintruhe. So, mega, mega geil. Jetzt lass mal hier reinschauen, was gibt's hier, grobe Schnäppchen. Die Klingenhasen. Die Klingenhasen. Joa. Mega, mega geil. Ja. Mega, mega geil. Aber, Info. Jetzt kann ich auch alles upgraden, ne? Oh mein Gott. Wie viel kann ich denn da upgraden? Und es geht noch mehr. So viel kann ich jetzt gar nicht mehr machen, okay. Alles klar. Einen einzigen Kampf werde ich jetzt noch machen. Weil ich bin gerade so gehypt. Du kannst eine Tour entsiegeln. Das mache ich jetzt auch mal. Schau mal, was wird er bekommen. Musketenhasen. Und der Sheriff hat eine neue Ding bekommen. So, die Musketenhasen. Neu im Deck. Was bringen mir die Musketenhasen? Wie stark sind die? Ich glaube nicht stark genug. Also nicht im Vergleich zu dem, was ich bereits habe. Aber ich greife jetzt einfach nochmal an. Mein letzter Kampf für heute. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Wie geht es? Wie geht es? Ich muss es. Wie geht es? Das war's für heute. So, das erste Ding haben wir jetzt schon down. So, das war's für heute. So, das war's für heute. So, das war's für heute. So, das war's. So, das war's für heute. 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 Oh mein Gott. So, das war's für heute. gewonnen gegen den robocop gewonnen oh mein gott das ist diesmal mega gut gelaufen war ein hartes match am anfang aber zum schluss habe ich dann doch gesiegt das war schon krass jetzt hier noch mal erfolge hier eingestrichen mega 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 geil ja leute hier bin ich auch schon fast hier habe ich noch eine silber truhe oder titan ist schon geiler titan ist schon mega fett ne was gibt es hier selten zwei was war das was war das schon neue karte bekommen was war das was ist das hier der photonenturm 2.802 treffer punkte oh mein gott im vergleich zu dem ding hier was hat das das hat nur die hälfte und der hat alter falle das ist schon das ist schon krank was ist das hier also sind die musketenhasen also ich bin mega gehypt von dem spiel ich bin mega gehypt leute also ja wenn es euch gefallen dass man daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet es nächstes mal wieder ein wenn es wieder heißt champion strike mit mir gleich haut rein macht's gut bis dann und tschüss mega 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 geil mega 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 Also, geil.